Für die besonderen Momente in diesem Sommer bietet sich der Vierseithof in Luckenwalde an. Erbaut 1782 bis 1785 als Herrenhaus für einen Tuchfabrikanten, zeugt das Ensemble noch heute von der wirtschaftlichen Blüte der Stadt. Die Tuchfabrikation ist gegangen, die landschaftlichen und kulturellen Reize des Flaming sind geblieben. Diese und nicht zuletzt der Flaming Skate machen Luckenwalde und den Vierseithof zu einem unwiderstehlichen Anziehungspunkt für alle Berliner und Brandenburger. Bekannt für seine exzellente Küche und für einen Service, der den Gast in den Mittelpunkt rückt, bietet der Vierseithof in diesem Sommer allen Daheimgebliebenen einen unvergesslichen Urlaub im Rahmen eines ganz besonderen Wochenendes. Starten Sie am Freitag und genießen Sie bereits bei der Ankunft die Ausstrahlung der barocken Architektur. An der Rezeption werden Sie dann zum ersten Mal von der Gastlichkeit des Hauses umfangen und beim Bezug eines der stilvoll und gemütlich eingerichteten Zimmer fühlt man sich bereits zu Hause. Der Abend beginnt dann mit einem ganz neuen Angebot der Küche des Vierseithof. Ein Barbecue im preußisch-barocken Innenhof. Jeden Freitag bei Fackelschein, trägt zur sommerlichen Leichtigkeit bei und unbemerkt bricht die Nacht herein. Der Sternenhimmel begleitet einen dann ins Zimmer und ehe man sich versieht, bricht der Sonnabend an. Nach dem Frühstück hat man die Qual der Wahl zwischen dem Rad oder den Skatern auf der Flaming Skate oder einem Ausflug im Mercedes Cabrio in den Flaming, ausgestattet mit einem Picknickkorb. Am Nachmittag kann man dann mit Sauna, Schwimmbad und Massagen den Körper auf einen der Glanzpunkte der Küche vorbereiten. Das Candlelight Dinner. Begleitet von einem der Weine aus dem gut sortierten Weinkeller des Hauses genießt man die Atmosphäre des Restaurants. Im Zusammenspiel mit einer kreativen, frischen und regionalen Küche des Brandenburger Meisterkochs 2005 Dieter Kobusch. Er wurde 2008 übrigens auch mit dem großen Gourmetpreis Brandenburg ausgezeichnet. Nach einer weiteren Nacht unter dem Sternenhimmel kann man ausschlafen, denn zum Abschluss wartet das Langschläfer-Sektfrühstück, das ein wunderbares Wochenende ausklingen lässt. Genießen Sie diesen Ausbruch aus dem Alltag im Vier-Sterne-Hotel Vierseithof in Lukenwalde.